Bis zum Jahre 2012 hatte das Land NRW jährlich die Möglichkeit, mit 800.000 Euro Kunst aus NRW von NRW-Künstlern zu kaufen und so diese jungen Künstler zu unterstützen. Wir wollen, dass es auch weiterhin diese Möglichkeit gibt, mit diesem Geld junge Kunst aus NRW zu finanzieren und zu unterstützen. Ganz besonders möchten wir, dass der Schwerpunkt auf Digital Arts, also digitale Kunst gelegt wird, um diese neuen Kunstformen in NRW zu beherbergen und weiter zu fördern.